Alter, und jetzt kann ich hier keine Minen hinbauen. Wegen seinem beschissenen Katapult. Komm, das noch einnehmen, dann bin ich wieder glücklich. Scheiße. Der rennt da hier, der geht voller. Und der ist schon halb tot, das ist nix. Was machst du? Komm, nimm das Ring ein. Lauf da jetzt da rein einfach. Was machst du? Dann machst du es. Nein, zur Tür rein sollt ihr. Oh Mann, jetzt ist es ein Zwei gegen. Lol. Was ist denn hier passiert? Dass du die Reißbesser besiegst. Danke, Ruxi. Sieht schlecht aus. Leute, macht voll. Ist das Militär noch nicht da? Oder habe ich keine mehr? 25. Das ist so sinnlos ohne Geld. Das ist so sinnlos ohne Geld. Und wisst ihr, was noch sinnloser ist? Dieses Katapult. Oh, Wetten, der macht das jetzt besser? Da ist nur einer drin. Gute Nacht. Wie schaut das denn eigentlich militärisch aus? Ziemlich beschissen. Nein, der baut noch eine Wachstufe. Jawohl. Und der Stein rein. Oh, jetzt geht er genau in dem Moment raus. Nein. Werde ich gerade angegriffen? Oh nein. Jetzt geht es in die andere Richtung, hm? Gar nicht mal so dumm von ihm. Denn dann kann ich hier nicht angreifen. Oh, hier liegen schon ein paar Leichen. Treff, 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 treff. Jawohl. Ha! Und jetzt haut den um. Prima. Seid ihr fresh? Drei von drei, drei von drei, drei von drei. Ja, dann wieder sieben drauf. Komm. Jetzt ist die Burg fertig. Das muss doch für irgendwas gut sein. Schlecht für seinen Katapult wahrscheinlich. Erstmal. Darum ging es ja eigentlich. Ach komm, das zählt als Treffer. Leck. Und er bringt halt einfach... Oh, oh. Ist der befördert? Produziere ich Bier? Läuft meine... Sonst so militärisch haben wir noch 23... Naja, so oft können wir das nicht mehr machen. Schuss! War wieder keiner drin. Doch! Jawohl, wieder ein Toter. Ich bin im Ticken besser. Aber es reicht nicht für ein Gebäude. So. Leute. Festung. Was war das gerade für eine Meldung? Soldat durch Katapult getroffen. Niedermitter im Scheiß-Katapult. Jetzt geht es hier oben aber wieder weiter. Jetzt warte ich gerade nochmal, bis die alle voll sind. Aber wenn... Dann ist ja meine Burg hier oben wieder plattgleich. Oh, ist das ätzend. Da ist noch ein Katapult. Natürlich! Treffer. Nicht? Ja, der kommt gut. Nein, der kommt ja nicht. Auf geht's. Bring Truppen rein. Wir können jetzt schon mit 12 angreifen. Das ist gut. 13. 14. Scheiße, der Stein kommt gut. Warum kommt da keiner mehr? Habe ich keinen mehr? Also, nochmal. Alles, was ich habe. 16. 16. Ich habe echt nichts mehr. Ist hier dein Gold? Ja, natürlich. Na, kannst du so viele noch hochbringen? Arsch. Arsch. Schnell, bringt er einen rein. Ich komme wieder raus. Aber kämpf nicht gegen den, bitte. Lol. Oh, oh. Hui. Gut, da sein Katapult genauso beschissen ist wie meins. Und wenn ich... Ach, Glück habe. Hatte ich. Eine Burg regelt. Das ist der letzte. Okay. Also. Dann, ähm... Nehme ich jetzt das ein. Das ist schön. Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Wobei... Wobei... Doch. Weil hier vielleicht auch Gold ist. Und wir bauen da hinten schnell auch irgendwie Stein ab. So. Meine Burg. Angriff. Hat er jetzt echt... Wow. 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 Läuft bei mir. Was liegt da oben? Gold. Goldschmelze, Goldschmelze, Goldschmelze. Münzbrückerei. Kohlebergwerk. Ja. Komm, bitte sag, wir haben ja genug. Alter, und jetzt kann ich hier keine Minen hinbauen. Wegen. Wegen seinem beschissenen Katapult. Komm, das noch einnehmen, dann bin ich wieder glücklich. Wenn ich das hier einnehme, brennt sein Katapult und seine Goldliegen. Und ihr habt nichts zu tun, also bin ich hier auf dem guten Weg. Auch wenn der jetzt hier stirbt. Treffer. Au, au, drei halten sie aus, ne? Lack. Das war wohl mit einer zu viel. Verdammt! Militärisch. Lol, ey. Wie wir uns wegballern? Wie soll ich denn das jemals wieder aufholen? Hä? Was ist denn mit dem los? Henni, was ist denn für ein Paket eigentlich? Ein Kuhfladen? Jawohl! Brenn! Brenn! Yes! Möchten sie das Gebäude abreißen? Ja! Möchten sie noch Goldbergwerke bauen? Och! Wenn wir schon mal da sind. Äh, BAM! Äh, BAM! Ein Angelalangel? Lol. Bam, bam! Münzprägerei Vielleicht noch ein bisschen Kohle Da war Eisen Und ich merke gerade Ich habe noch nicht einmal meine Nachrichten gelesen Keine Rohstoffe Holzfäller Okay Mittlerweile haben wir jede Menge Getreide Da könnte doch auch mal irgendwo eine Eselszucht Vielleicht irgendwo und so Hier Machen wir einen Brunnen Keine Rohstoffe gefunden Okay Boah Hey Was ein Fight Krass Den Hammer Keine Rohstoffe Fischerhütte Ja und welche von euch? Ah beide Schön Dann 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 Vielleicht Da hinten eine Keine Rohstoffe Kohleberg Was Du Hä der produziert doch Schließen mal noch eins an Auch hier können wir Auch hier können wir einen Fischer hinsetzen Und da geht auch noch ein Man kann glaube ich nie genug Bauernhilfe haben Ähm Patrick Flo Was los? Früher wurde man vom streamer auch mal post persönlich begrüßt Ja Ulf Das liegt wahrscheinlich daran Dass ich schon gar nicht mehr weiß wer du bist Weil du bist ja nie da Aber hi Ulf Grüß dich Früher war es doch pünktlich Dann gibt es am Freitag sein erstes Unboxing Video Ich bin jetzt sicher gespannt Da kommt eh wieder nix Genauso wie die Bierkästen aus Österreich Könnt immer noch heulen Hab ich echt gefreut Hab schon sogar schon zu meiner Frau gesagt Äh du pass mal auf Falls da Bierkästen vor der Tür stehen Wunder dich nicht Dass es diesmal keine neuen Schuhe gibt Wie du die Ente immer noch nicht begrüßt hast Ich hab die Ente begrüßt Quark Früher hast du auch richtiges Siedler 2 gespielt Ja wir haben halt Siedler 2 durchgespielt Zwo mal Er baut sein Goldbergwerk wieder auf Der Wichser Äh das könnten wir regeln Indem wir Hier einen Turm hinsetzen Und hier schon mal sagen Und hier schon mal sagen Dass da kein Gold rein darf Ich hab gar kein Militär mehr Ach du Scheiße Also was wir machen können ist Natürlich Wie war das L Wir können jetzt die Mitte zurückfahren Dann gehen hier hinten welche raus Oh hier auch Ist halt so Aber das müssen wir erstmal wieder nachproduzieren Okay dann ähm Laufen eigentlich Oh wir haben auch ein bisschen wenig Eisen Schließen wir doch Dich auch an Ich baue noch eine Schmelze Gut Eine Schmiede ist auch nicht schlecht Ich wollte aber eine Eisenschmelze So Eselgedöns haben wir gesetzt Wir haben noch bestimmt Getreide über Oder Nicht so wirklich Aber ein bisschen Dann könnten wir eigentlich Auch noch hier oben Einen Bäcker Und eine Mühle setzen So Und an irgendeine coole Stelle Noch ein Wasserwerk Das machen wir hier hin Brunnen So Schick doch einfach mal Ein paar Sabus Auf sein Goldbergwerk Warum gibt es eigentlich In Siedler 4 Im Singleplayer Keine Sabus Das wäre dann wahrscheinlich Zu einfach Katapult Jetzt geht die Scheiße Schon wieder los Was ist jetzt passiert Habe ich die Burg Jetzt erst besetzt Hat ihm leider nicht Wirklich Land weggenommen Pack mal hier nochmal Geologen hin So Produziert er schon ein bisschen Ist das eine Münze Ja Ja Okay Ja Hier Mach auch da mal Bitte kein Gold Das soll schon da unten rein Schnell Bist du gestoppt Nein Warum nicht Alle aus Alle aus Alle aus Sieht gut aus Dein Twitch Stream Hängt gerade ordentlich Ja Da steht hier auch Was weiß ich Was wieder los ist Hauptsache Er bricht dich wieder ab Im Zweifel Zur YouTube rüber Ich werde angegriffen Lol Komm Burg Sag dass du was wert bist Hier ist Kohle und Gold Und hier noch ein bisschen Militär drin Jawohl Jawohl Ihr habt beide gewonnen So lobe ich mir das Drei von drei Drei von drei Und du wurdest nicht mal getroffen Nice Da kommt Gold Da ist Kohle drin Da ist auch Gold drin Jetzt geht es ab hier Habe ich eigentlich Anzahl Münzen Scheiße Die haben beide Gold Ich bin der einzige ohne Aber er produziert weiter Oder das ist die Pinke Das ist pink Also die ist deutlich schwerer Wie die davor Das ist eigentlich schon mal positiv Die letzte war ja sehr leicht Auch wenn Vanessa da gescheitert ist Aber die war leicht Ja Ich bin nouveau Scheiße Dann König Gold, Leute. Wo ist das Gold? Da ist nur Kohle drin. Bringt die Moneten. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Alles aus Auflagern? So sollte das eigentlich sein. Prima. Wir könnten die noch auf Null stellen. Ja, jetzt wird es lustig. Ich sehe keine Goldmünzen. Da. Da. Habt ihr jetzt die da hochtragen müssen? Tatsächlich. Tötet das Katapult eigentlich den stärksten oder den schwächsten? Oh, ist das ätzend. Aber gut, wir müssen uns regenerieren. Wir brauchen erstmal... Bier müssten wir ja eigentlich wieder im Überschuss haben. Ein bisschen Militär. Sieben waren drin. Jetzt sind es schon wieder neun. Okay, okay. Es geht langsam wieder hoch. Produzierst du ja. Ja, produzierst du auch. Dir fällt Eisen. Kohlebergwerk, Eisenbergwerk. Was? Ey, bringt die Goldmünzen jetzt her. Die laufen doch beide. Da. Hallo, da baue ich Getreide an. Mit 15 könnten wir an... Ich habe ein bisschen Goldhüttel. Da. Da. Toko Launcher. Ich werde mich an... Ich heiße Patrick. Ich werde mich an der Mission noch versuchen, aber nicht die Tage. Schließlich habe ich mehr als ein Spiel. Echt. Cool. Ah, Stein. Ciao, Ulf. Ciao, Ente. Gute Nacht an die Vips. Also, Henni arbeitet auch schwer dran, Vip zu werden. Und Vanessa müsste eigentlich mal den Rang kriegen. Hier wäre noch jede Menge Eisen. Okay. Ja, komm. Bau den Wachtturm fertig. Ey, was ist denn jetzt mit den Goldmünzen? Eine. Wow. Ah. Kommt, ganz. Gold. Gold. So, jetzt sind ja natürlich auch keine 9 mehr drin. Ihr müsst ja jetzt wieder 6 raus tun. Wenn es gut läuft, brennen jetzt wieder... Gut, brennen tut ja in dem Spiel nix. Ist ja kindgerecht gemacht. Aber es könnten... Es könnte seine Goldminen bröseln. ...sollte. Oh, ein Obergefreiter. Das reicht aber noch nicht. Na, na, na? Ja! Da darf übrigens auch Gold rein. Unteroffizier. Na, geht doch. Sobald ich den ersten General habe. Vorlauf drauf. Danke, Bellator. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Warum hast du deinen Tanja-Moment nicht als Trailer vor dem C&C-Video gemacht? Ich habe es ehrlich gesagt, wo er das im Chat geschrieben hat, schon gar nicht mehr gewusst, als ich das gesagt habe. Angeblich. Ich habe es noch nicht gefunden. Oh, oh, der geht daneben, der geht daneben, der geht daneben. Offizier, geht doch. General! Aber der ist geschwächter General, ne? 5 von 7. Jetzt werde ich auch noch angegriffen. Kann das sein? Will der hin? Kann der da hinten angreifen? Kann der da hinten angreifen? Kann der da hinten angreifen?